Servus Leute, Willkommen zurück und ja, versprochen ist versprochen. Wir nehmen die Handlungsmission auf. Die letzte war ja die mit den Wurfianischen Kriegern. Also der Varas war Level ich glaube 34 oder so, 35 und zwar auch bevor wir ihn geschwächt haben. Also sollte das heißen, bis Level 40 sollte jetzt eigentlich so die Handlungsmission gehen. Oder sie werden immer unserem Level angepasst. Das wäre dann schon was anderes. Kapitel 10. Hervorschlüssel wir waren um zu 15%. Wollen wir echt Gewinn mitnehmen? Das würde ich schon gerne noch ändern. Und ich will nicht Gewinn mitnehmen. Obwohl Gewinn glaube ich gerade das höchste Level hat. Von allen. Also von den Leuten, die ich mitnehmen kann. Wir können ja nochmal bei Irina gucken. Das dauert ja jetzt nicht lange nochmal zu gucken, welche Hauptcharaktere, äh, welche Charaktere wir mitnehmen können. Oh, Hinweise. Ja, danach muss ich dann irgendwann mal die Harmoniegespräche machen. Mir ist nämlich aufgefallen, was wir noch nicht probiert haben. Einfach mal ohne den entsprechenden Charakter dahin zu gehen. Oh, kann jetzt mal Irina spawnen. Wie stand die nicht immer hier? Doch, doch. Ich bin schon richtig. Hä? Bin ich doch irgendwie falsch, weil... Also sie ist nicht da. Normalerweise ist die doch immer hier. Gucken wir mal nach Lau. Ob Lau überhaupt wieder aus dem Krankenhaus raus ist, ist die Frage. Gewinn ist oft hier zu finden. Lau ist oft hier zu finden. Okay, noch durch ein Segment durch. Hier. Tja. Keine Ahnung, irgendwie habe ich gerade Irina und Lau nicht gefunden. Wahrscheinlich ist auch Lau wirklich noch im Krankenhaus. Dann gucken wir mal nach L. Wenn nämlich L auch nicht da ist, dann ist irgendwie ein Fehler gewesen und irgendwas geht gerade nicht. Ne, L ist wie immer hier. Ja, und geh das! Ich möchte auch ehrlich gesagt meine Charaktere jetzt bis Level 50 nicht neu ausrüsten. Ich meine... Ach, das ist... Wenn wir die ganze Ausrüstung kaufen, dann können wir wieder damit rechnen, dass die ganzen 765.000, die jetzt schon über eine Million sind, wieder weg sind. Die Ausrüstung ist so teuer. Dann vergessen wir das einfach und machen jetzt mit Gwyn weiter. Der ist wenigstens Level 34, da haben wir eine geringe Chance, dass der nützlich ist. Wir kaufen ihm dann auch schnell noch neue Waffen wenigstens. Die sollten nicht so ganz krass ins Geld ziehen. Und wir beginnen die Handlungsmission. Es geht los, Leute! Zu Farg, die Bedrohung. Das ist eine gute Idee! Linli, manchmal Tatsu wonder if Tatsu is too cute, too adorable. Oh, ja? Als Leader of Blade Team, Tatsu need cool and tough image. Ja, das happens sometimes. Ist Linli even listening to Tatsu? Was? Sure I am. Hey, was wenn du eine Tan hast? Ein kleines Farbe kann wunderschön für deine Bildung. In fact, ich habe die perfekte Lotion für dich. Ich werde dir helfen, Tatsu. Ich werde dir helfen, Tatsu. Ich werde dir helfen, Tatsu. Well, das ist okay, wenn Linli insist. Wow, danke, danke, Linli. Tanning oil smells so sweet. Und es ist ein bisschen steckig. Tanning oil? Das ist nur Plain Old Honey. Es ist der wichtigste Schritt für eine perfekte Chicken Sauté. Die Honey Mary. Linli, Tatsu, nicht Chicken! Tatsu ist Tatsu! Oh, right. How could I forget? Linli ist nicht funny. Tatsu ist nicht happy. Okay, folks. Hope you're hungry. Man, oh man, Linli, somehow you managed to outdo yourself every time. It's all about the ingredients. Right, Tatsu? Right, let's get started. Well, before that, I need to clear something up. Commander? I know you're wondering. After the bogus lifehold lead, we had the Pathfinders turned inside out. Sure enough, we found evidence that someone messed with Frontiernav. They planted that phony data. You mean... We got a spy. That's right. One of our own is working with the ganglion. This was an inside job. One question, Commander. Like we don't have enough to worry about. And here I am, sending you all out right into that death trap. Damn it. I don't know what else to say. Except, I'm sorry. I hope you'll forgive me. Tatsu like Muscle Man better when he angry and yelling. Zip it, pipsqueak. Or you'll be seasoned and fried by breakfast. Tatsu has a point, though. It's not like you to dwell on mistakes, Commander. Especially when they weren't your mistakes to begin with. Wouldn't you agree? Well, but... No buts about it, sir. And no more apologies, okay? We survived, after all. Now let's see that surly taskmaster we all know and love. That's right. Your orders, Commander? Well, put it that way. Who am I to order? All right. Touchy-feely time is over. I've got your next assignment. We need you to head out and fix a key data probe that's on the Fritz. It's way out in Northern Silvolo. We'll get you the coordinates. Yes, sir. Yes, sir. With pleasure. Repair missions are my specialty. That's why we picked you. That and... The ganglion have been quiet lately. Too quiet. I don't like it. Yeah, I've been thinking the same thing. In your report, the Rothian, was it? He made it sound like they've got a base tucked away. Someplace with black rocks and lava. That's gotta be called for us, yeah? I think it's a safe assumption, yes. Well, anyway. As you might have guessed, the idea of a big old ganglion base here on Mira does not exactly explode. Agreed. And with Laos sidelines, we're gonna have to pick up the slide. Yep. So let's get that crow fixed. All right? Let's get that crow fixed. Wow. We're really getting down to the wire here. Where in the hell is that core? Also ich denke mal, nach dieser Handlungsmission sind wir alle tot. Ich denke mal, dann laufen die Prozente auf null und das war's dann. Gut, es geht los. Oh. Mmm, yes. Bist du nicht das schönste Ding? Wir werden so viel Spaß haben! Was denkst du, Dr. Hund? Können wir einen weiteren Besuch? Mit unseren Menschenfrienden? sehr toll aus warum lädt denn das jetzt so lange so die die master von rein master i heard you the first time imbecile lower your voice in my presence it's the recently completed zufax sir reese made off with it mordi tschuss rei boycott schickte oder heute sind wir wollen mit konfrontiert organisieren bett der karte oder reis k ja läuft ja nicht so gut so eine organisation von pfeifen wirklich keiner bindet sich in die kommandostruktur ein ok das was ich da gesehen habe da ist ein riesiger scale die dann nicht gut aus für uns es wird bestimmt wieder richtig scheiße werden wir haben ja schließlich keine weiteren skills wir könnten noch elmas ding wiederholen aber naja so wir wollten win noch schnell eine neue waffe kaufen oder neue waffen er sturmgewehre sollten jetzt die über level 30 sein oh verdammt der kobra quälgeist die hat zwölf schuss ist kobra gewährt zwei zwölf schuss sind immer noch viele mechanoiden jäger außerdem das nemer 45.000 bitter das ist sehr bitter so und jetzt noch das kobalt irgendwas gucken wir mal attribut äther attribut elektro 1,8 sekunden 120 schaden zwei sekunden 122 144 ich glaube dass das paar da hier ist das beste wo wir auch das hier nehmen könnten da war dann mal was gibt es noch für zwei sekunden ich glaube das hier ist vielleicht doch ganz besser ganz ganzes stück besser oder wir nehmen wirklich direkt das hier 2,5 aber wirklich ein bisschen wenig für 14 schaden mehr hier wir bleiben jetzt da drauf hier auf dem kobalt schwert ja so mit ausrüstung muss er sich jetzt erstmal mit dem bequemen was er gerade hat mehr wird er nämlich nicht bekommen so jetzt sponsern wir noch unser ganzes zeug in eine in lieb und stichfest hey alle produkte aufgerüstet und jetzt müssen wir noch eine erweiterung upgraden und das ist die angelegte ausrüstung von gewinnen dem kobra gewehr mechanoiden jäger erhöhter schaden gegen mechanoiden um 18 prozent gut gegen mechanoiden sollte jetzt damit schon ein bisschen schaden machen und skills sind am sind ja mechanoiden also sollte das schon gut klappen wir haben doch auf unseren scale auf diese sense haben wir doch eine schnittstelle gemacht krit mechanoiden erhöht die kritische trefferrate im kampf gegen mechanoiden um 4 ist das alles was ich da drauf machen kann keine ahnung keine ahnung so jetzt geht's los wir sollen ins sylvalum gehen das wird spaßig leute das wird richtig spaßig ich will nicht gegen dagan und rice kämpfen die waren zwar letztes mal ziemlich einfach aber da waren sie auch alle außerhalb von einem mech und jetzt sind sie in einem mech und zwar in einem ziemlich bösen mech gewinnen wird wahrscheinlich in den ersten zwei sekunden des kampfes draufgehen ja und elmar lin und ich müssen mal gucken was so abgeht ach komm schnell reise jetzt wir reisen zum knotenpunkt 416 und genau da in dem segment darüber genau an der grenze zu dem knotenpunkt ist dann auch das questgebiet das wird spannend ist schon cool dass wir jetzt alle datensonden installiert haben bis auf cauldross halt dadurch müssen wir nirgendwo mehr lange wanderungen hin machen ja noch ein stück hoch noch ein stück hoch noch ein stück noch ein stück noch ein stück boah hier ein berg pro genitor level 44 den machen wir ich kann mich nicht bewegen hallo ich kann mich nicht bewegen das ist jetzt total sinnlos das ist definitiv eine blöde Probe häng tig, während ich eine Diagnostik rauf und sehe was ich kann Und das sollte das machen. Alles gut. Sorry für die Zeit. Gut gemacht, wie immer. Alles in einem Tag. Eine Sache, das Problem haben wir hier nicht unique ist. Es wird die anderen Probe effektivieren. Wir sollten wahrscheinlich alle sie sicher sein. Ist Lilly wirklich ernsthaft? Freunde wollen alle Probe auf all of Mira? Tatsu wird ein Grampy-Pon bevor die Freunde beendet. Fertig, Potato Skin. Es ist nicht so schlecht. Ich habe das hier manuell. Aber jetzt kann ich das Blatt aufbauen und fixe alle anderen Proben in der Netzwerk. Phew. Whatever Lin-Lei zu sprechen, Tatsu glaubt sie. Tatsu macht die Ratschung nicht so viele Proben. Ja. Ja. Wir haben viele von ihnen geplantiert, nicht wahr? Und wirklich, was hat es uns bekommen? Hm? Nicht nur wir, alle. Alle. Alle von Blade. Alle von NLA. Wir haben alle diese Zeit auf Frontiernav. Wissen Sie? Was ist, wenn wir nie die Körn? Dann was wir tun? Wir haben alle diese Planeten geschaut, für den Körn der Lebensverhältnis. Was ist, wenn es nicht hier ist? Was ist, wenn es alles in Bisschen zerbaut, wenn es zerbaut? Sie wissen, dass das nicht möglich ist. Ich weiß? Unsere Bewusstseins sind nicht hier. Sie kontrollieren diese MIMs aus dem Körn. Sie können nicht aufbauen. In Wahrheit, es muss irgendwo relativ nahe sein, oder wir fühlen würden die Lack. Du bist richtig. Ich... 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 Es ist okay, Lin. Ich weiß, dass du dich leid. Es ist ein langes paar Monate. Es ist, dass wir in diesen MIMs auf die ganzen Welt nehmen, es auf uns alle. Es ist nur natürlich, dass es so sein. Aber ich versuche, es wird alles gut sein. Was denken sie, wenn sie diese Dinge entwickelt haben? Hm? Was bedeutet Linli? Diese MIMs. Warum machen sie einen Artificialen Körper, der kann die Lacken grünen? So embarrassing. Ja, viele Gründe. Teors schäuern die Augen. Sie schäuern die Lacken und Körn. Und die Gefühle nicht. Du fühlst dich besser, nicht wahr? Hm. Ich glaube, die MIMs-Makers wussten, was sie machen wollten. Na, wenn ich sie nie sehe, werde ich sicher sagen, dass du das gesagt hast. Danke. Hm? Freunde hören das? Oh Mann, wir hätten schon lange weg sein können. Da! Was ist es? Nö, ich sehe ihn ja gar nicht. Sie sind mega groß. Es ist mega groß. Es ist mega groß, wie die Karavan. Es ist mega groß, wie das legendären Frontier-Village. Das ist ein wenig! Die Transponderungen werden uns aus unserer IFF-Signal reagiert. Wir müssen feststellen, dass es möglich ist. Ziehen Sie sich! Na, 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 na... was haben wir hier? Ein kleiner Appetizer, bevor wir das ganze Main Course gehen. Warte, etwas, das in diesem Kurs, muss in L.A. Sie müssen es in L.A. Wir können es nicht irgendwo nahe der Stadt kommen. Wir müssen uns hier zu stoppen. Ich dachte, wir würden so viel sagen. Schmerz, die ganze Stadt ist uns aufhörter. Wir sind hier der Mann, der Mann! Hahaha, sie haben zu verhören! Sie sind sogar schweiziger, als ich dachte. Blaine, die Menschen überraschieren. Ja, danke für die Blaine und Vincent. Genius. Now sit back and watch, while I burn the human scum alive! Toll. Was wäre denn jetzt eigentlich passiert, wenn ich Aufgeben gedrückt hätte? Wären wir dann wirklich weggegangen und... Weiß nicht. Ah, Level 39, gut. Naja, den Kampf muss ich dann wohl jetzt noch machen, ne? Das wird dein Leben brechen. Hier, es ist total nutzlos. Wir können nichts machen. Weil nämlich keiner von uns fliegende Scouts hat. Das ist ein bisschen blöd, ne? Das ist ein bisschen blöd, ne? Da hätten wir wohl ein paar mehr... Ist das von... Ist das ein hinten angegriff? Nein! Aber irgendwie greifen unsere Leute mit an. Also muss ja irgendwas passieren. Gucken wir doch einfach mal, ob wir das Ding wirklich nicht besiegen können oder ob wir es besiegen können. Stopp, bleib das an mir! Was ist das? Jetzt ist es dein Turnier! Du bist so schnell! 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 So viel Schaden nehmen wir ja grad nicht! Boah, das ist grad die mächtigste Attacke, die wir haben! Du bist so schnell! Du bist so schnell! Alles klar, ich fühle die Energie! Ich bin so schnell. Boah, die haben einfach so Gewinnen wiederbelebt. Welche Jungs, Resistenz. Hhhhhhhhhhh... Nein, verdammt, das wollte ich nicht! So... Was ist... Was passiert? Was passiert? Ich stürze ab! Was ist los? Was ist los? Ich seh nix! Oh, was ist denn nur los hier? Ich werde die ganze Zeit wieder runtergeworfen! So kann ich nicht arbeiten! Oh... Lynn ist auch gleich tot! Sie ist ja mal wieder super gerade! Oh... Mein Skull ist auch gleich hinüber! Verdammt! Ich muss aussteigen! Ich muss aussteigen! Oh... 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 Ich muss aussteigen! Und gucken was passiert! Ich muss aussteigen! Ne... Es ist einfach sinnlos gerade! So wir sind tot! Ist ja schön! Ich... Ich hoffe wir werden jetzt auch nicht gleich wieder in den Kampf gesteckt, weil das macht keinen Sinn! Ne... Sehr schön! Okay, Leute, wir beenden hier erstmal die Folge! Nächste Runde geht's dann erstmal daran doch nochmal nach NLA zurückzugehen und anscheinend kann ich's jetzt nicht mehr verweiten, äh... Skulls zu kaufen, die fliegen können! Also Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal dann! Haut rein! 3 7 11 11 11 21 55 40 15 Vielen Dank.